willkommen zu diesem kurzen video mein name ist chris ebener ich bin 25 jahre alt komme aus der nähe von wien und bin ehemaliger selbstständiger personal gesundheits- und funktional trainer natürlich auch mit diplom und alles weitere in diese richtung selbst mittlerweile ein richtiger sport und fitness junkie aber das war nicht so war nicht immer so hier sieht man so ein bisschen links oben meine körperliche transformation da war ich noch ein bisschen jünger da ich mit 17 gestartet davor war ich ein bisschen molliger davon habe ich jetzt dann hier kein ja kein bild mit drinnen habt ihr selbst abgenommen und dann angefangen mehr sport zu machen muskeln aufzubauen hier links unten seht ihr eine transformation von unserem konzept mit den home workout plänen letztes jahr während dem ersten lockdown und dann haben wir hier einfach noch ein paar bilder und so zeige ich trinne gerne im gym ich trinne gerne im freien überall wo sich gerade anbietet bevor ich jetzt an euch gleich mal ein paar geschichten zeige und erfahrungen von menschen mit unserem konzept unser you move konzept kostet normalerweise 200 euro und eigentlich könnten wir viel 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 mehr dafür verlangen weil das ist ein riesen mehrwert und gesund ist das wichtigste was wir haben aber wenn du dieses video siehst hast du glück denn du bekommst das ganze konzept kostenfrei und wie das funktioniert erfährst du am ende von mir aber jetzt jetzt lass uns doch einfach mal rüber gehen und gucken was so die erfahrungen der anderen menschen sind und nicht nur von mir und da sind wir schon in der my move story gruppe das ist eine facebook gruppe von uns in der über 100.000 kunden drinnen sind die ihre erfahrungen teilen und das sind nur ein paar von den hunderttausenden menschen leben wie die wir mit dem konzept positiv beeinflussen haben dürfen über die letzte über die letzten jahre und ich bin sehr dankbar einfach auch ein teil davon sein zu dürfen wenn du gerne in diese gruppe möchtest und dir die story selbst angucken willst dann melde dich einfach bei der person die dieses video geschickt hat und die kann dir dann den link schicken oder dich direkt in die gruppe einladen dann kannst du dich das selber ein bisschen genauer umschauen was ich dir jetzt aber zeigen will sind einfach ein paar bilder von kunden und hier haben wir alles dabei von abnehmen aufbauen haut haare nägel allgemeine gesundheit und es geht weiter und weiter und weiter also alles so sie ist hier verschiedenste stories und das ist einfach schön zu sehen wie wir hier im positiven unterschied machen mit unserem konzept jetzt haben wir aber gesagt wir wollen noch ein wir wollen einfach noch eins draufsetzen ich habe es vorher schon erwähnt dass you move konzept ist unser neues das alte war das move pro und damit haben wir diese menschen betreut und den menschen geholfen ihre ziele zu erreichen wir wollten wie gesagt noch eins draufsetzen und das haben wir definitiv gemacht mit dem you move konzept und wie das ganze aussieht wenn du hier startest mit deinem konzept hast du einen eigenen login bereich hier wird alles näher klärt wofür wir stehen was unsere werte sind und wie das konzept auch für dich funktionieren kann dann ist der erste punkt zu dem ich jetzt gleich mal gehen möchte du bist was du ist ernährung ist ein ganz wichtiger punkt gesunde ernährung muss die immer langweilig sein muss die anstrengend sein muss man verzichten nein bei unserem konzept geht es darum nicht verzichten zu müssen sich auch dinge gönnen zu können und die gesunden dinge die man dann ist auch natürlich sehr sehr geil zu gestalten und deswegen haben wir ein haufen rezepte dazu siehst du jetzt gleich auch mal ein paar bilder das ganze programm ist wenig zeitaufwand simpel und einfach ganz egal was du beruflich machst du wenig zeit dass du viel zeit hast ist es für jeden umsetzbar dann haben wir jetzt hier expertenwissen vom horst lehleiter ehemaliger bundesliga trainer im tennis experte in diesem bereich und ist nur einer der viele experten die ihr wissen in diesem konzept teilen und auch beigetragen haben ist dann nicht nur ich als personal trainer sondern ernährungsmedizin und leute aus allen richtungen was natürlich eine super super sache ist hier wird dann viel erklärt hier ist ein haufen rezepte die du für dich probieren kannst testen kannst also ich liebe alles was so in diese bowl richtung geht pancakes also damit hat man mich auf jeden fall also für mich sind die rezepte auf jeden fall was was ich sehr sehr ja wo ich mich sehr ausleben kann sage ich jetzt mal dann gehen wir jetzt weiter zum dein weg zum ziel dann hast du hier den kurs den du starten kannst und dann täglich ein richtig geiles worker zu mitmachen ein gedanken des tages weil gesundheit fangt auch natürlich im kopf an und dann auch immer ein rezept des tages und diese apple kuchen complete bowl sieht super super nice aus also ich glaube die werde ich morgen machen müssen das ist natürlich eine super sache dass du halt auch workers hast wo alles erklärt wird das heißt du hast voiceover du siehst wie die übungen ausgeführt werden und kannst dann einfach und simpel nachmachen was für mich und für meiner meinung nach der größte mehrwert ist dass du nicht alleine bist du hast eine große community du hast whatsapp gruppen facebook gruppen du hast einen ansprechpartner für den du nicht bezahlst der dir immer weiterhilft wenn du fragen hast durch das experten wissen jeder dieser ansprechpartner kann auf einen personal trainer auf einen arzt zurückgreifen für dieses experten wissen und dir das mitteilen was super 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 cool ist natürlich und da auch für jeden leistbar gemacht dann haben wir unsere wiblauch hier das ist dann für stammkunden da gibt es dann auch mal extra content das zeige ich natürlich jetzt nicht und dann gibt es hier you move special wir haben verschiedenste specials immer an denen du einfach auch mit profitieren kannst als kunde das war es soweit mal zu unserem konzept ein kleiner einblick natürlich gibt es auch übungen fürs fitnessstudio wir haben pläne für frauen für männer zwei tage im gym push pull alles in diese richtung natürlich auch andere home workout pläne also alles was das herz begehrt um dein körperliches beziehungsweise gesundheitliches ziel zu erreichen was ich mir jetzt natürlich wünsche dass du dieses ganze konzept nicht für jemand anderen tust nicht für mich nicht für die person die dieses video geschickt hast sondern für dich und für deine gesunde weil gesundheit ist das wichtigste was wir haben und wir bieten die möglichkeit dass du auch selbst wenn du das möchtest wenn du jetzt begeistert bist wenn du überzeugt bist wenn du eine geile erfahrung hast die leute werden dich fragen und du wirst den leuten davon erzählen kannst du das ganze auch für dich weiterempfehlen die da bisschen geld dazu verdienen oder auch deine produktrede zu finanzieren ist hier eine möglichkeit was natürlich super ist weil die beste beste marketing ist mundpropaganda und darauf haben wir dieses konzept aufgebaut weil menschen die geile erfahrungen haben begeistert sind die teilen diese 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 dinge wie dieses konzept und das was wir machen diesen mehrwert den wir bieten melde ich bei der person die dieses video geschickt hat und die wir dir ganz genau erklären wie du dieses konzept komplett kostenfrei für dich nutzen kannst von mir wünsche ich dir maximalen erfolg maximalen erfolg auf deiner reise ich hoffe du konntest bisschen was mitnehmen hast es den genauren einblick zu unserem konzept und dann let's move bye